Liebe Wählerinnen, liebe Wähler, als Unternehmer und Nationalrat setze ich mich vor allem für die kleinen und mittleren Unternehmen ein. Als Familienvater von vier schulpflichtigen Kindern liegt mir vor allem die Familie sehr am Herzen. In meiner ersten Amtszeit als Nationalrat habe ich mich durch verschiedene Vorstösse entnahmen gemacht. Zum Beispiel zu der Privatisierung der Suva. Aber auch gegen die Abklassierungen und immer neuere, höhere LSV-Angaben habe ich gekämpft. Als Aussenpolitiker liegt es für mich am Herzen, dass vor allem auch bei der EZA, aber auch bei der UNO Transparenz über die Kosten entsteht. Ich glaube, ich bin geradlinig und echt. Ich setze mich vor allem konsequent für die Werte der Schweizer Volkspartei ein. Ich danke Ihnen, wenn Sie mir Ihre Stimme zweimal geben. Vielen Dank.